Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute geht es um den Low-Cut-Filter, was das genau ist, wann und wie man ihn einsetzt und vor allem, wie das Ganze dann klingt. Also, los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog und heute geht es um das Stiefmütterchen unter den Plug-Ins. In unserer bunten, großen Plug-In-Welt gibt es ja so viele tolle Plug-Ins, die so unglaublich toll den Sound verändern können und so wichtig sind. Saturation, Hull, Delay, hast du nicht gesehen, kann man Unmengen an Geld für ausgeben, aber was ist eigentlich mit dem Low-Cut-Filter? Der Low-Cut-Filter ist ja eigentlich ein Filterband im Multiband-Equalizer. Ein Equalizer wird mitgeliefert in so ungefähr jeder DAW, auch kostenlos und der Low-Cut vegetiert da so ein bisschen vor sich hin, habe ich den Eindruck. Denn ich kriege ganz oft Zuschriften, in denen gesagt wird, mein Song, der hat irgendwie so keinen Druck unten rum oder klingt so matschig unten rum und so weiter, was kann ich denn da machen? Und dann lasse ich mir manchmal die Session zuschicken und gucke da rein und stelle fest, kein Low-Cut-Filter benutzt. Aber Low-Cut-Filter ist schon ziemlich wichtig. Warum ist das so? Ganz einfach, jedes Signal, was wir in der DAW benutzen, hat einen tieffrequenten Anteil. Das heißt, wenn ich eine Stimme zum Beispiel nehme, dann hat die durch den Brustkorb zum Beispiel eine Resonanz auch unterhalb von 100 Hertz. Dieses Signal unterhalb von 100 Hertz ist aber nicht wirklich relevant für das, was ich höre oder für das, was ich hören will, nämlich den Sänger. Das heißt, wenn ich das einfach abschneide unterhalb von 100 Hertz, verliert die Stimme nichts an ihrem Sound, aber dieses Gerumpel unterhalb von 100 Hertz verschwindet. Und das klingt jetzt irgendwie ein bisschen banal, weil das ist ja nur bei einer Stimme, das kann ja nicht so schlimm sein. Aber wenn du eine moderne Produktion zum Beispiel nimmst, die heutzutage bis zu 100 Spuren haben kann oder selbst bei uns im Heimstuhl. Ich habe neulich noch eine Produktion gehabt, die ich selber gemacht habe mit 40, 50 Spuren, wo ich wirklich denke, oh, das ist eine ganze Menge. Und von diesen 40, 50 Spuren gibt es nur relativ wenig Spuren, die wirklich relevant sind in diesem Tiefbassbereich. Das ist nämlich die Bassjump, vielleicht einige Loops, die da ein paar Kicks haben und vor allem der Bass. Das heißt, diese drei dürfen sich da unten drum rumtummeln, der Rest bitte nicht. Das heißt, wenn du bei, sagen wir mal, du hast dafür 10 Spuren genommen, dann hast du bei 40 Spuren immer noch tieffrequente Anteile drin, die dafür sorgen können, dass dir dein Bassbereich zumulmt, aber die du gar nicht brauchen kannst. Dafür ist der Low-Cut-Filter wirklich sehr wichtig. Das heißt, benutze einfach einen Low-Cut in jedem Kanal, am besten als Reflex. Bei mir ist das so, dass ich, wenn ich den Ecolaser reinlade, dass ich automatisch als Reflex sofort als erstes den Low-Cut-Filter so einstelle, dass alles weg ist, was den Sound nicht negativ beeinflusst, also eine Stimme zum Beispiel nicht dünn macht, aber was auf jeden Fall dafür sorgt, dass dieses ganze Gerumpel untenrum verschwindet. Denn du kannst dir ja vorstellen, dieses Gerumpel bei 40 Spuren unterhalb von 100 Hertz, das summiert sich so ein kleines bisschen, das klingt jetzt irgendwie, wie ich gerade schon gesagt habe, banal, aber wenn von 40 Spuren da so ein bisschen gerumpelt, dann addiert sich das, das wird immer mehr und alles, was dann da untenrum stattfindet, nimmt ja Bassdrum und Bass den Platz weg zum Atmen. Das heißt, der ganze Mix wird mulmig, matschig, kriegt nicht genug Druck untenrum und genau dafür ist dieses unterschätzte Equalizer-Band völlig wichtig, der Low-Cut-Filter. Wenn du ihn einsetzen möchtest, kannst du das gerne mal ausprobieren. Die Session, die wir jetzt gleich aufmachen werden, die kannst du dir nämlich runterladen bei mir im Mitgliederbereich auf meiner Homepage unter recordingblog.com-anmelden. Kannst du dich kostenlos anmelden in meinem Mitgliederbereich, kostet auch nichts und dann kriegst du da einen Link, wo du dir die Spuren runterladen kannst. Das nehme ich von meinem Song Immer Wieder. Wir hören mal kurz rein. Genau. Wenn du dich erinnerst an eins der letzten Videos, ich habe den Song jetzt mittlerweile veröffentlicht bei Soundcloud und du hast jetzt die Möglichkeit, dir die Spuren runterzuladen, damit rumzuspielen und auch den Low-Cut-Filter dabei auszuprobieren und das Ganze musst du nicht einfach nur so machen oder darfst du nicht einfach nur so machen, sondern ich möchte dich einladen zu einem kleinen Mix-Contest. Das heißt, lad dir die Spuren runter, lad sie in deine DAW rein, sei es, was weiß ich, Pro Tools, Cubase, Reaper, woran auch immer du gerne mischt. Traction, habe ich gehört, ist jetzt auch eine neue DAW, die auf den Markt gekommen ist oder schon seit längerem sich da rumtummelt. Und misch einfach in deiner DAW, deiner Wahl die Spuren, kannst du dir herunterladen da und dann schick mir deinen Mix zu. Schick mir den Mix an jonas.recording-blog.com, hier nochmal die Adresse unten eingeblendet und dann schickst du mir entweder einen MP3 oder du schickst mir einen Soundcloud-Link und dann höre ich da rein. Und von allen Einsendungen die drei besten, also die mir persönlich am besten gefallen, die wähle ich dann aus und die können wir dann bei Facebook, stelle ich die dann nochmal zur Verfügung. Da könnt ihr abstimmen, welcher euch da am besten gefällt. Das heißt, die drei besten suche ich aus und ihr entscheidet dann, welcher von denen der beste tatsächlich ist. Und es gibt auch was zu gewinnen. Ich habe nämlich von den freundlichen PPV-Medien habe ich dieses Buch zugeschickt bekommen. Moderne Musikproduktion in der Praxis von Lars Bohn. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen baff. Ich habe da reingeblättert in dieses Buch und es ist echt der Hammer. Da steht unfassbar viel drin. Es ist auf jeder Seite ganz viel, also ich weiß nicht, kann man das sehen hier. Unfassbar viel Zeugs drin. Zu jedem Thema ist was drin. Ich lese mal hier. Vocal Editing. Blätter mal weiter. Geeignete Tonlage finden. Dann der eigene Sound. Dann eine Klangwand produzieren. Lars Bohn hat hier wirklich, glaube ich, alles reingeschrieben, was irgendwie wichtig sein kann in der Musikproduktion. Das kann man sich immer zur Seite legen. Immer reinblättern kriegt man immer eine Inspiration. Wie gesagt, vielen Dank an die PPV-Medien fürs zur Verfügung stellen. Und falls du dich am Anfang gefragt haben solltest, warum das P für Produktplatzierung im Video aufgetaucht ist, das ist der Grund. Ich habe es nicht bezahlt. Ich habe es geschenkt bekommen und deswegen kann ich jetzt auch das verlosen im Rahmen dieses Mix-Contests. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Und außerdem Spaß ist ja auch noch garantiert, mit den Spuren dann rumzuspielen und einen eigenen Mix davon zu machen. Ich bin mal gespannt, welche Mixe dabei rumkommen. Vielleicht ist es ja auch ein Remix und du möchtest noch ein bisschen nachbearbeiten. Also lass deiner Kreativität freien Laufspiel mit den Spuren rum und dann passiert auf jeden Fall irgendwas. Wir schauen jetzt gleich in die Session rein zum Thema Low-Cut. Wenn dir dieses Video gefällt, also jetzt schon gefallen sollte, dann drück schnell eben auf den Daumen nach oben, bevor du es vergisst. Wenn es dir nicht gefällt, einfach zweimal auf Daumen nach unten und verpasst nach der Session nicht die Frage der Woche, denn da geht es um ein cooles Feature aus Logic Pro X und ob es das auch in Studio One wohl gibt. Das machen wir aber nach der Session. Jetzt schauen wir uns den Low-Cut erst mal in der Praxis an. Also los geht's. So, dann sind wir schon in der Session und wie ihr hier sehen kannst, habe ich hier schon mal meine Logic Session aufgemacht und ich habe mal zum verdeutlichen, so zum zeigen quasi, wo die Low-Cuts überall gesetzt werden, jetzt die einfach mal alle einzeln in den ersten Slot von meinen Plugins reingesetzt. Das heißt, wenn ich hier rein zoome, siehst du hier, dass immer der erste Slot hier der Channel EQ ist und davon habe ich nur den Low-Cut benutzt. Und wir schauen mal rein, wo ich den überall eingesetzt habe. Wir haben hier in orange haben wir eine ganze Menge Beats und im roten Bereich haben wir auch eine ganze Menge Beats, die in diesem Song rumlaufen. Und wie du sehen kannst, hier sind überall Low-Cuts gesetzt. Hier, das sind kleine Sicherheits-Low-Cuts, die hier sind, die du in dieser EQ-Miniatur sehen kannst, wie er so schön einblendet. Und ich mache mal eine auf hier. Da siehst du, dass es eigentlich nur ein Sicherheits-Low-Cut ist. Hier unterhalb von 20 Hertz, also was da rum stattfindet, das kann nur wirklich weggeschnitten werden. Es ist ein reiner technischer Sicherheits-Low-Cut. Kann man machen, muss man nicht machen, aber den kann man zum Beispiel auch im Masterbus ganz am Schluss setzen. Einmal bei 20 Hertz ein Sicherheits-Low-Cut. Dann ist das quasi so, als wenn du hier überall den gesetzt hast. Ich habe den zum Verdeutlichen jetzt aber mal hier reingesetzt in alle Spuren und du siehst hier immer das erste Plug-In ist der Channel-EQ und davon nur der Low-Cut. Hier ist ein bisschen weiter gefasst. Mal reingucken, wie weiter da gegangen ist. Hier geht es bis 106, ich mache es mal hier auf der rechten Seite, so bis 106 Hertz. Alles unterhalb von 106 Hertz wird weggeschnitten. Und das sind hier alles Beats und Drums, die hier in dem Song laufen. Das heißt, da wird jetzt nicht ganz so viel weggeschnitten im Tief-Bass-Bereich, weil da natürlich viele Bass-Jumps rumrumpeln, also rumrumpeln ist Blödsinn, spielen. Und das heißt, im Drum-Bereich, speziell bei Bass-Jump, jetzt war das mal ein DSer drauf machen, speziell im Drum-Bereich ist es natürlich klar, eine Bass-Jump braucht Druck untenrum und dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass du hier jetzt den Druck nicht mit einem Low-Cut wegschneidest. Aber ruhig bei 20 Hertz, 30 Hertz ein Sicherheits-Low-Cut setzen, dann hast du keine Probleme mit irgendwelchen ganz tieffrequenten Gerumpel, was dir vielleicht noch ein bisschen Power wegsaugen könnte. Und dann kommen als nächstes die gelben Spuren hier, das sind die Bass-Spuren. Und auch in den Bass-Spuren habe ich hier, bin ich sehr sparsam umgegangen. Klar, Bass sollte auch im Tief-Bass-Bereich stattfinden. Das heißt, hier auch ein kleiner Sicherheits-Low-Cut, dann hier ein etwas mehr. Ich glaube, das ist der, genau das war der Retro-Synth, also ein Equalizer, nein, ein Equalizer, ein Synthesizer, den ich benutzt habe. Und der Equalizer sollte dann hier ein bisschen kräftiger zupacken. Aber auch hier unterhalb von 50 Hertz hat er weggeschnitten. Das heißt, auch da ist es nur Low-Rumble, wie der Engländer so schön sagt. Also wirklich sehr tieffrequentes Zeug. Das heißt, ich habe den hier nur wirklich entschärft an der Stelle. Auch ein kleiner technischer Low-Cut. Und die ganzen Low-Cuts, die ich hier gesetzt habe, haben eigentlich nur einen technischen Grund, also keinen Klangformungsgrund. Ich möchte damit nicht den Klang des Instruments oder der Spur formen, sondern einfach nur technisch dafür sorgen, dass das ganze tieffrequente Material verschwindet. Und jetzt kommen wir hier zu den Pianos. Da habe ich hier den Low-Cut bei 130 Hertz gesetzt. Und falls du dich bis jetzt gefragt haben solltest, woran ich das feststelle, wie weit drehe ich denn mein Low-Cut rein, kann ich das ja mal am Beispiel vom Piano zeigen. Denn es ist relativ simpel herauszufinden, wie weit du den reindrehen musst. Wir stellen die mal auf Solo die Spur und hören mal, was er hier spielt. Und dazu mache ich mal den Equalizer an. Und der Trick ist relativ einfach. Du hörst dir deinen Sound an und dann hörst du und schiebst so langsam den Low-Cut etwas höher. Und sobald du feststellst, dass der Low-Cut dein Signal zu dünn macht und das zu viel untenrum flöten geht, dass der also ein bisschen an Volumen verliert, dann drehst du einen kleinen Tacken wieder zurück und dann bist du genau an der Stelle, wo du eine gute Ausgangsbasis hast für deinen Low-Cut, den du da ansetzt. Das heißt, du drehst nur das weg, was dich stört, beziehungsweise was stören könnte, wenn es in der Summe bei allen Kanälen zusammenkommt. Aber das, was das Nutzsignal ist, also da, wo wirklich der Sound stattfindet, das lässt du drin. Und wir machen das jetzt mal am Beispiel einfach vom Piano. Ich dreh also jetzt mal rein. Und man kann das hier auch sehen, dass hier untenrum eine ganze Menge stattfindet. Der Analyzer zeigt das sehr schön, auch wenn wir das nicht hören können. Aber man kann sehen, dass hier was stattfindet. Also ich kann auch hier optisch durchaus wegdrehen. Wir drehen mal rein. So, ich bin jetzt sogar bei 146 Hertz rausgekommen. Bis dahin habe ich alles weggedreht, was unterhalb von 146 Hertz ist, ohne dass mich jetzt das wirklich gestört hat, dass es den Sound negativ beeinflusst hat. Und so kann man in jedem Kanal schön herausfinden, wie weit man eigentlich den Low-Cut reindrehen kann und schmeißt damit einfach alles unterhalb dieser Grenzfrequenz weg. Sehr, sehr praktisch. Und wie du sehen kannst, bin ich dann hier weitergegangen in allen Kanälen ist hier irgendwo ein Low-Cut gesetzt. Meistens irgendwo zwischen 100 und 200 Hertz. Das sind alles die gleichen Low-Cuts, die ich hier habe, wenn ich hier durchscrolle, die man hier sehen kann in der Vergrößerung auch. Das sind alles Low-Cuts, die ich so genauso auf diesem Wege, wie ich ihn gerade gezeigt habe, herausgefunden habe. Hier ist ein Kanal, wo ich ein bisschen mehr weggedreht habe. Was ist das für ein Kanal? Der heißt Navi-Tante. Achso, genau. Ich habe so eine Navi-Sprecherin gehabt. Die musste natürlich untenrum ein bisschen mehr verlieren. Deswegen ist der Low-Cut hier sogar bei 310 Hertz gesetzt. Die durfte überhaupt gar keinen Tieffrequenten und auch die Tiefmitten durfte die nicht haben. Sonst wäre die nicht so schön quäckig wie in dem Song. Falls du verpasst haben solltest, wie der Song klingt, klick mal unten auf den Soundcloud-Link in der Videobeschreibung. Da findest du nochmal einen Link zu dem Song. Und so habe ich jetzt halt, wie gesagt, in jedem Kanal hier was reingeladen und habe den Low-Cut hier mal visuell gemacht. Und wir können mal alle Spuren hier aktivieren, wo der Low-Cut drin ist. Das machen wir jetzt mal. und hören uns mal an, was der tatsächlich macht, dieser Low-Cut. Also alle Spuren sind markiert. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt hier ein Plug-in deaktiviere, der erste Kanal, der erste Slot, der erste Plug-in-Slot wird dann bei allen so deaktiviert oder aktiviert. Man kann also durchaus hören, was alle Low-Cuts miteinander gemein haben und was die vor allem machen in diesem Song. Und wir schauen uns das aber erstmal optisch an. Ich habe hier auf dem Masterbus mal einen Analyzer reingeladen, den aktiviere ich mal. Der schneidet jetzt oberhalb, also ist eigentlich ein Equalizer, aber der soll jetzt mal als Analyzer dienen. Und der schneidet alles oberhalb von 100 Hertz ab. Und achte mal hier auf den Tiefbassbereich. Also hier auf den Tiefen, da wirst du gleich eine Kurve sehen und da wirst du ganz schön sehen, sobald ich die die Kanale, die Low-Cuts überall anmache, wirst du sehen, dass dann diese Kurve abfällt. Das heißt, die niederfrequente Energie wird hier einfach rausgesaugt. Wir schauen mal, wie das klingt und machen wir mal an. Achso, ich habe noch das Solo drin. Nehmen wir mal eben raus. So ist besser. So, also jede Menge Gerumpel auf jeden Fall zu sehen. Und ich mache jetzt mal die Low-Cuts alle aus. Und schon geht die Kurve hier deutlich nach oben. Das heißt, hier in diesem Bereich ist deutlich mehr zu sehen. Achte noch mal drauf. Ich mache die Low-Cuts mal wieder an. Dann wirst du sehen, dass das automatisch da ein bisschen weniger wird. Zack, fällt die Kurve nach unten. Und das ist dieses tieffrequente Gerumpel, was da wirklich stört, was dem Bass und der Bass-Jump wirklich Druck und Platz wegnimmt und dafür sorgt, dass der Mix eher mumpfig klingt als klar und aufgeräumt. Und wir können uns das Ganze jetzt auch mal anhören. Ich mache den mal wieder aus, diesen Analyzer, Equalizer, den ich da reingemacht habe. Und jetzt ist es wichtig, dass du dir den Kopfhörer aufsetzt oder dass du eben eine potente Anlage mit großen Speakern oder Subwoofer hast, weil sonst hörst du das nicht. Ich setze hier meinen altehrwürdigen HD25 auf und dann hören wir uns mal an, was da genau passiert. Ich mache nochmal von vorne und mache den Low-Cut erstmal aus und dann hören wir mal, was passiert. Das war ohne. Jetzt machen wir es mal an, alle Low-Cuts. Klingt deutlich aufgeräumter untenrum und wirklich klarer. Ich spiele es jetzt mal zwei-, dreimal abwechselnd mit Low-Cut an und Low-Cut aus und achte mal wirklich auf den Tiefpass. Es wirkt so ein bisschen, wenn du darauf achtest, als wenn so ein Dröhnen untenrum wäre, wenn die Low-Cuts deaktiviert sind. Und sobald ich den Low-Cut anmache, hört dieses Dröhnen auf. Es ist wirklich sehr tief frequent, aber es ist genau das, was Bassdrum und Bass dann den Platz wegnimmt. Ich mache es nochmal aus. Immer wieder, 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 immer wieder Du sagst es immer wieder, 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 immer wieder. Doch ich höre dir nicht mehr zu. Immer wieder, 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 immer wieder. Also es ist ein wirklich ein subtiler Effekt, aber ganz wichtig, ein kleiner wichtiger Baustein bei deinem Mix, wo du wirklich darauf achten solltest, Wenn du einen klaren Bassbereich haben willst mit einem druckvollen Bass und einer druckvollen Bassdrum, dann solltest du alle anderen Kanäle genau von diesem Frequenzbereich befreien. Ich hoffe, du konntest es ganz gut hören. Ich hoffe, es hat auch einigermaßen funktioniert hier mit dem Zeigen. Und jetzt gehen wir rüber zur Frage der Woche. Also, zack. Ja, der Low-Cut-Filter ist kein großer aufdringlicher Effekt, aber ich finde, gerade wenn man den Kopfhörer auf hat und mal wirklich auf den Bassbereich achtet, dann kann man es wirklich sehr gut hören, welchen Effekt das wirklich hat. Und wie gesagt, je mehr Spuren da sind, umso wichtiger ist der Low-Cut. Kommen wir zur Frage der Woche. Die kommt heute von Ali. Und Ali fragt, hi, wie setze ich ein Loop in Pre-Sono Studio One? Das ist jetzt eine spezielle Frage. Vielen Dank erstmal Ali fürs Zuschicken dieser Frage. Es geht nämlich nicht, wenn ich das richtig verstehe, um einen Cycle-Loop, also wie man einfach einen Bereich eines Songs auswählt und den immer rund laufen lässt, damit man besser mischen kann, zum Beispiel nur den Refrain oder so, sondern es geht um ein Feature, was in Logic Pro X drin ist. Und falls ihr mal meine Videos gesehen habt, dann seht ihr, dass ich hin und wieder auch in Logic Pro X arbeite. Also mal in Studio One, mal in Logic Pro X, gerade ja auch in Logic. Und in Logic gibt es ein cooles Feature, dass du eine Audio-Region, die du hast, einfach anpacken kannst am Ende. Und dann kannst du die länger ziehen und dann wird eben nicht die Region länger, sondern du ziehst einfach einen Loop. Das heißt, diese Audio-Region wird einfach unendlich weitergespielt, also immer wiederholt, solange bis du halt gesagt hast, hier ist der Loop zu Ende. Das geht relativ einfach, du klickst einfach auf dieses Audio-Event, drückst die L-Taste auf der Tastatur und schon läuft das Ding bis Ultimo, zumindest bis zum Songende. Und viele Leute, die von Logic auf Studio One umgestiegen sind, haben sich dann gefragt, oh, das ist aber ein cooles Feature, wie geht das eigentlich in Studio One? Und die Antwort ist wirklich doof und das ist auch die Antwort auf deine Frage, Ali, es gibt diese Funktion nicht. Bei Studio One gibt es tatsächlich diese Loop-Funktion für die Audio-Region nicht oder noch nicht. Erstmal meine Bitte an die Programmierer bei PreSonus, bitte schaut einfach mal bei Logic Pro X rein. Es ist so einfach, man zieht einfach hinten an der Audio-Region, die wird sofort geloopt bis zum geht nicht mehr, ganz easy. Es gibt nun ein Workaround in Studio One und der ist halt duplizieren. Das heißt, du klickst das Event an und drückst dann einfach auf D für duplizieren. Ich glaube, D ist das, falls ich mich irre, schreibe es eben unten rein. Aber ich meine, auf D drücken, dann duplizierst du oder du machst einfach Copy mit, beim Mac ist es Kommando C oder du machst halt Control C auf dem PC. Kopierst es einfach und dann machst du Copy-Paste und kopierst es einfach so oft hintereinander, bis du weißt, okay, jetzt habe ich den Loop fertig oder der Song ist so lang, dass der Loop passt. Das ist das Blöde bei Studio One. Es gibt tatsächlich diese eine Funktion nicht. Deswegen muss ich dich leider enttäuschen, lieber Ali, die Funktion gibt es bei Studio One leider nicht. Aber vielleicht wird ja unser Aufruf erhört. Das heißt, wenn ihr diese Studio One Funktion auch haben wollt, schreibt es doch einfach unten rein und dann hören die Kollegen von PreSonus vielleicht auf uns und wir können da eine kleine Revolution starten, dass auch diese Funktion bei Studio One reinkommt. Wenn du eine andere Methode hast zu loopen oder wenn du gar nicht Studio One benutzt, sondern in Cubase zum Beispiel unterwegs bist, dann schreibst du mir bitte auch unten rein, weil da muss ich persönlich auch nicht dumm sterben. Weil wenn ich mal irgendwann vor einer Cubase Session sitze, in Cubase, in irgendeinem Studio dieser Welt oder vor Pro Tools oder sonst was eben, dann möchte ich auch wissen, ob es diese Loop-Funktion gibt oder ob ich erst gar nicht suchen muss und dann direkt Copy-Paste mache mit der Wiederholung von diesen Audiosporten. Also schreibt es uns unten rein und ich würde mich dann freuen, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich vom Guten nur das Beste. Macht's gut und Yassas! Macht's gut und Yassas!